Es geht wieder los. Die Internorga steht vor der Tür. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die ersten Hallen sind ausgebucht. Die Branche rückt zusammen. Gastronomie, Hotellerie, Bäckereien und Konditoreien stehen vor unerahnten Herausforderungen. Die Internorga hat sich jeher als Plattform verstanden für diese gesamte Familie. Wir liefern euch die neuesten Trends, die Insights, die Experten, die es bald an einem Ort hier bei uns auf der Internorga geben wird. Wieder mit dabei die Trendthemen Packaging & Delivery. Alles um digitale Themen in einer eigenen Halle. Die Aussteller haben genug Lösungen und Produkte im Gepäck, um ihnen durch die schwere Zeit zu helfen, Anregungen zu geben, Inspiration zu geben und für sie da zu sein. Das ganze Internorga-Team freut sich auf euer Kommen, wenn wir hier in Hamburg wieder Spaß haben, die Branche zusammenbringen und endlich wieder nach vorne blicken können. Wir alle freuen uns wahnsinnig auf die Internorga. Lassen Sie sich überraschen. Abonniert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020